Die Bundeswettbewerbsbehörde verlangte die Verhängung einer angemessenen Geldbuße gegen die Brauunion. Hintergrund waren Verstöße gegen das Missbrauchs- und Kartellverbot. Die Brauunion habe ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht. Sie habe den Markteintritt konkurrierender Bierhersteller beschränkt und bestehende Getränkehändler verdrängt. Dem Antrag an das Kartellgericht auf Geldbuße seien umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen, so die Bundeswettbewerbsbehörde. Diese hätten den Verdacht auf eine Reihe von unzulässigen Verhaltensweisen erhärtet. Ab Oktober 2021 gingen vermehrt anonyme Beschwerden über die Brauunion ein. Im April 2022 gab es eine Hausdurchsuchung in der Zentrale in Linz. Das Kartellgericht könne Geldbußen von bis zu 10 Prozent des Konzernumsatzes des Vorjahres verhängen. Laut Wirtschaftskompass erzielte die Brauunion 2022 einen Umsatz von 850,6 Millionen Euro. Die Bundeswettbewerbsbehörde wirft dem Konzern auch vor, wettbewerbssensible Daten ausgetauscht zu haben. Dies diente dazu, den Markt und den Markteintritt von Konkurrenzunternehmen zu überwachen. Außerdem haben Getränkeabnehmern sie gedroht, kein Bier mehr zu verkaufen, wenn sie nicht auch andere Getränke von der Brauunion beziehen. Die Abnehmer seien verpflichtet worden, keine Getränke anderer Wettbewerber zu führen oder den überwiegenden Teil des Sortiments über die Brauunion abzudecken. Es soll zu Markt- und Kundenaufteilungen gekommen sein, die teilweise bereits abgestellt wurden. In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik an den Marktmacht der Brauunion. Vor allem konkurrierende, unabhängige österreichische Brauereien wie Stiegl und Otterkringer äußerten sich kritisch. Durch die Preisschlacht in der Corona-Pandemie stieg der Markteinteil der Brauunion weiter an. Der österreichische Marktführer vereinte Biermarken wie Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigammer, Schwächarter, Wieselburger, Schlatminger und Edelweiß unter seinem Dach. Die Brauunion war 1998 durch die Fusion von österreichische Brau AG und Steirer Brau entstanden. Seit 2003 gehört das Unternehmen mit 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 15 Biermarken und neun Brauereien zu Heinigen, dem zweitgrößten Bierkonzern der Welt.